Guten Tag meine Damen und Herren, hier ist 1151, der Ansagedienst der Gesundheitsbehörde Hamburg mit dem Thema Vorrauschgift wird gewarnt. Mit dieser Ansage wenden wir uns an junge Menschen, an Eltern und Erzieher. Allen Jugendlichen, die ihren Altersgenossen oder verantwortungslosen Zeitschriften bisher mehr Glauben schenken als Eltern und Erzieher, sei noch einmal gesagt, ja, Drogen, so harmlos sie auch zu wirzen scheinen, können das ganze Leben zerstören. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.